Guten Abend aus dem Aue-Stadion. Herzlich willkommen im Namen des Kars von Hessen-Kassel, den hier anwesenden Pressevertretern und Vertreterinnen auch zu Hause, allen unseren Löwen-Fans und Löwen an den Bildschirmen. Wir möchten den heutigen Tag und Abend nutzen, um unseren neuen Cheftrainer Alexander Kiene hiermit offiziell vorzustellen. Dazu an meiner Seite einmal natürlich Alexander Kiene und zu meiner Rechten Jens Rose. Zuerst möchte ich sagen, dass ich mich sehr freue, dass der Alex sich für uns und unseren Weg entschieden hat. Wir haben am Ende eines sehr intensiven Prozesses, Ingmar Merle und ich viele Gespräche geführt, viele Informationen geholt und sind dann sehr, sehr froh darüber, dass unsere absolute Wunschlösung uns auch den Zuschlag gegeben hat und wir jetzt heute hier sitzen können und ihn als neuen Cheftrainer präsentieren dürfen. Der Alex ist ein sehr akribisch arbeitender Trainer, der Feuer und Flamme ist für die Löwen, der eine klare Idee hat von Fußball und natürlich deswegen auch so gut zu uns passt, weil diese Idee beinhaltet, dass wir ein sehr, sehr mutiges und sehr, sehr aktives Spiel vor allem betreiben. In der jetzigen Situation ist es natürlich wichtig, dass er uns a stabilisiert und dann aber auch perspektivisch hervorragend zu unserem Projekt passt, was wir hier im Sommer gestartet haben, dass wir nämlich langfristig den Verein entwickeln möchten. An dieser Stelle würde ich das Wort auch nochmal an unseren Vorstandsvorsitzenden Jens Rose übergeben. Ja, auch von mir erstmal nochmal ein herzliches Willkommen an euch alle. Schön, dass der Passeraum so gut gefüllt ist, haben wir schon lange nicht mehr gehabt und auch herzlich willkommen, Alexander, bei uns und ich finde es schön, dass du mit dem Heimspiel anfangen kannst, weil am Sonntag hatte ich kaum einen Computer aufgebaut, da nahm wir schon wieder 1-0 hinten. Da habe ich schon als gedacht, erst hat man kein Glück und dann kam noch Pech dazu. Irgendwie passt das im Moment und deshalb ist das gut mit frischem Wind und vollem Mut und kompletten Einsatz, jetzt den Bock umzustoßen und da gibt es keinen besseren Gegner als Baling. Und deshalb werden wir das am Wochenende auch so machen und ich denke mal, bis dahin wirst du dir schon einen schönen Plan ausgearbeitet haben, hast die Mannschaft kennengelernt, lernst dir das Umfeld kennen und ich hoffe, dass es bei uns so ist wie bei Union Berlin, verlieren ständig, budevoll und die werden auch irgendwann Bock umstoßen und wir wollen das jetzt mal am Samstag machen. Und deshalb herzlich willkommen, viel Glück, danke nochmal Sören für euren Einsatz und Ingmar und ich finde das auch gut, wie das gelaufen ist, dass wir wirklich eine ganze Weile gebraucht haben und viel miteinander geredet haben, weil das ist wichtig in Entscheidungsprozessen in einem Verein, weil wir sind ein Verein und wir haben Vorstand, haben Aufsichtsrat und wenn wir Entscheidungen treffen, da müssen wir alle dahinter stehen und da müssen wir auch viel miteinander kommunizieren und mit allen reden und ich glaube, das haben wir gemacht und deshalb bin ich froh, dass wir alle zu einer Meinung gekommen sind und diese auch gemeinsam vertreten und jetzt wollen wir das Allerbeste draus machen und jetzt höre ich auch gleich wieder auf und übergebe das Wort an unseren neuen Cheftrainer. So ist es. Alex, einmal dein Mikro. Ja, erstmal vielen Dank an euch beide für die einleitenden Worte, auch ein Hallo an alle, die sich hier eingefunden haben und auch ein Hallo an alle Löwen-Fans. Ich freue mich sehr, in Kassel zu sein. Ja, es waren intensive Tage, Sören hat es angesprochen. Ich muss dazu sagen, ja, dass ich den Verein Hessen-Kassel schon auch seit einigen Jahren verfolge. Es gibt auch ein, zwei Bezugspunkte zu dieser Stadt. Meine Frau hat hier studiert, sodass ich auch in den vergangenen Jahren öfter mal hier war und auch so ein bisschen die Entwicklung von Hessen-Kassel verfolgt habe. Dazu kommt auch die Situation, dass ich sage, Hessen-Kassel ist für mich ja ein absoluter Traditionsverein, der zum einen eine große Historie vorzuweisen hat und aus meiner Sicht, und das ist auch ein entscheidender Punkt, warum ich hier sitze, eine Perspektive bietet. Und die Gespräche mit Sören, mit Ingmar haben mir gezeigt, dass hier ein klarer Plan ist, wie man den Verein, wie man dieses Projekt Hessen-Kassel nach vorne bringen möchte. Und ich freue mich sehr, Teil dieses Projekts jetzt zu sein. Sören hat es angesprochen, ich bin ein Typ, der eine klare Idee hat, für welchen Fußball ich stehen möchte, welche Spielidentität ich umsetzen möchte. Klar ist aber auch, das ist ein Prozess, den wir in nächster Zeit gehen wollen, aber aktuell, die Situation ist jedem bekannt. Wir müssen jetzt erstmal in der Kurzfristigkeit, gerade auch in den Spielen bis zum Winter, in die Spur kommen, in die Erfolgsspur kommen, Punkte holen, auch die Mannschaft stabilisieren. Und trotzdem sehe ich dieses Projekt Hessen-Kassel ganz klar auch so an, dass wir hier einen gemeinsamen Weg gehen wollen, den ich gerne mit meinem Know-how, mit meiner Persönlichkeit, mit meiner Strategie entwickeln möchte. Und darauf freue ich mich. Dann ist es jetzt, glaube ich, an mir, die Fragerunde zu eröffnen hier vor Ort. Wenn sich bei unseren Statements Fragen ergeben haben, dann stellt die doch bitte. Ja, Frage erstmal an Sören. Du hast gesagt, es war die absolute Wunschlösung. Kannst du das erklären, warum es die absolute Wunschlösung war am Ende? Das kann ich erklären, weil wir natürlich angefangen haben, ein Profil zu erstellen und nach diesem Profil vorgegangen sind, wer kommt denn dafür überhaupt in Frage? Und natürlich wisst ihr in der heutigen Zeit, so ein paar kenne ich ja auch und der Inge genauso. Und neben denen bekommt man natürlich auch immer unwahrscheinlich viel Hilfestellung. Also man hat auch die Attraktivität des Vereins trotzdem daran gemerkt, wie viele Trainer am Ende auf dem Tisch lagen und sich auch hier intensiv und aktiv beworben haben, um Trainer bei Hessen-Kassel zu werden. Und bei uns ist es dann so gewesen, dass wir mit den Informationen, die wir hatten und unter dem klaren Profil herausgearbeitet haben, welche Kandidaten wir zu den Gesprächen hier vor Ort einladen. Und dann bin ich auch ganz ehrlich, wir haben es am Ende natürlich extrem reduziert, den Kreis. Aber das, was Ingmar und ich unisono hatten, war, nach dem Gespräch mit Alex sind wir rausgegangen und haben abends noch zusammengesessen, weil wir den Tag so Revue haben passieren lassen und haben uns beide angeschaut und haben gewusst, das ist er. Und wir haben dann zwar noch Gespräche geführt und sind auch mit anderen Trainern zu der Überzeugung gekommen, dass wir auch der Trainer für Hessen-Kassel sein könnten. Aber am Ende spreche ich deswegen eben von der Wunschlösung, weil wir nach dem Gespräch schon ein unwahrscheinlich gutes Gefühl hatten, dass er vor allem auch zur Mannschaft passt, was ja in so einer Situation auch extrem wichtig ist als Kriterium. Und ja, deswegen bin ich froh, dass wir dann alle Rahmendaten auch so abklopfen konnten, dass wir hier zusammengekommen sind und aktiv gemeinsam die Zukunft des Vereins gestalten wollen. Eine Frage an Alex. Willkommen erst mal hier in Kassel. Ja, danke schön. Du hast gesagt, dass du ein ganz klares Konzept hast, wie du Fußball verstehst, wie du Fußball sehen möchtest von deiner Mannschaft. Wie weit ist denn die jetzige Mannschaft davon entfernt, das zu spielen, was du möchtest? Also jetzt nicht von den Ergebnissen, sondern von diesem mentalen, von diesem System her. Ja, ich glaube, das ist ja jedem bewusst, der sich im Fußball auskennt und der sich auch mit so einer Situation, wie sie Hessen-Kassel aktuell hat, ja einfach beschäftigt. Es ist aktuell eine Phase, wo insbesondere die Ergebnisse nicht gestimmt haben, wo viel auch auf die Mannschaft eingeprasselt ist. Das ist keine Frage. Trotzdem bin ich von der Qualität der Mannschaft, des Kaders absolut überzeugt, dass man mit diesen Jungs, mit dieser vorhandenen Qualität, auch mit dem Charakter der Spieler in die Spur kommen kann und dass man daraus etwas entwickeln kann. Natürlich ist es so, ich habe es eingangs gesagt, ich habe eine klare Idee, das ist ein offensiver, attraktiver Fußball, der ja auch Menschen mitnehmen soll, der auch die Fans und das Umfeld begeistern soll. Mit Attributen, dass ich schon einen sehr aktiven, aggressiven, mutigen und dynamischen Fußball haben möchte. Ich glaube, es ist aber in der aktuellen Situation auch sehr, sehr wichtig zu gucken, was braucht die Mannschaft jetzt? Das ist aus meiner Sicht Klarheit, Einfachheit, auch Details, die wir besprechen wollen. Aber eine Spielidee zu implementieren, auch eine Identität für den Verein zu entwickeln, das ist immer ein Prozess, der wird jetzt nicht in den Wochen bis zum Winter vonstatten gehen. Der wird Zeit brauchen und so sage ich, du musst ja schrittweise vorgehen, sukzessive die Situation jetzt erstmal meistern, auch in die Spur kommen, auch in sichere Gefilde kommen und musst dann aber auch weiter daran arbeiten, diese Spielidee auf die Mannschaft und auf den Verein zu übertragen. Und das Entscheidende, warum ich hier sitze, ist einfach auch, dass wir gerade in dem, was wir wollen von der Art und Weise des Fußballs für den Hessen-Kassel, den in der Zukunft stehen soll, sind wir total deckungsgleich gewesen. Und ich kann das, was Söring gerade gesagt hat, nur zurückgeben. Ich bin hierher gekommen zu diesem Gespräch und bin wieder zurück nach Hannover gefahren, mit dem Gefühl, wenn wir das irgendwie hinkriegen von den Rahmenbedingungen her, dann habe ich da riesige Bock drauf. Dann brenne ich für diese Geschichte, weil nochmal, ich habe auch ein Stück weit ein Faible für solche Traditionsvereine, wo man, wenn man erfolgreich arbeitet, auch Menschen für so einen Weg begeistern kann. Und das möchte ich gerne machen. Aber nochmal, erstmal die Situation jetzt angehen und meistern und dann alle weiteren Schritte einleiten. Und das ist jetzt der Auftrag für die nächsten Wochen und Monate. Auch noch eine Frage an Alexander Kine, auch von uns natürlich, herzlich willkommen hier. Danke. Bei der kurzen Recherche war die Spielerkarriere relativ früh zu Ende. War das verletzungsbedingt? Und vielleicht können wir einen kleinen Abriss der bisherigen Station einmal bekommen, um so einen Überblick zu kriegen. Genau, also ich bin 45 Jahre alt. Ja, der Fußball beschäftigt mich seit, ja wirklich 40 Jahren. Habe also mit sehr früh begonnen. Auch, ja, natürlich wie jeder junge Fußballer auch gewisse Träume gehabt. Habe in jungen Jahren auch im Bereich der vierten Liga gespielt. Habe dann aber meine Karriere auch früh aufgrund von Verletzungen beenden müssen. Habe mir dann mit dem Lehramtsstudium auch ein sicheres Standbein aufgebaut. Habe also Englisch und Sport auf Lehramt studiert. Dann auch über Jahre als Lehrer gearbeitet, Englisch, Französisch, Sport. Und habe dadurch aber auch sehr früh begonnen, meine Trainerlizenzen zu erwerben und auch meine Trainerkarriere zu starten. Ich habe also schon mit 25 die erste Trainerlizenz erworben. Habe dann vier Jahre für den DFB gearbeitet in der Talententwicklung und bin dann mit Ende 20 in den anderen Bereich gegangen. Bin dann mit den ersten Vereinen in der Region Hannover aufgestiegen. Habe mir dadurch dann auch die Möglichkeit erarbeitet, in der Regionalliga Nord tätig zu werden. Beim TSV Havelse, beim BSV Reden und auch beim VfB Oldenburg. Es ist also so ein Weg, der sukzessive nach oben gegangen ist über Ehrgeiz, über Leidenschaft, auch über Erfolg. Bis dann irgendwann auch so dieser Step gekommen ist zu sagen, ja, ich möchte den Fußballlehrer machen. Das habe ich 2018 und 2019 gemacht, war in der Zeit bei Werder Bremen. Habe da sehr wertvolle Erfahrungen auch im Bundesliga-Bereich sammeln dürfen. Habe dann den Schritt auch mal gewagt, aus der Komfortzone rauszugehen. Bin nach Österreich gegangen, habe dort bei Austria Lustenau gearbeitet. Ja, und jetzt bin ich wieder in Deutschland. Habe auch in den letzten Monaten sehr genau geguckt, welcher Verein, welches Projekt könnte zu mir passen. Ich bin ganz ehrlich, es gab schon die ein oder andere Möglichkeit, auch im letzten Jahr, auch im Sommer wieder einzusteigen. Das hat mich aber nicht gepackt und da sind wir wieder beim entscheidenden Punkt. Diese Gespräche mit dem Verein, mit den Verantwortlichen, haben mich einfach bestärkt in der Situation, dass ich sage, ja, Hessen-Kassel, das packt mich, das begeistert mich, hier einen gemeinschaftlichen Weg gehen zu wollen, mit einer klaren Idee. Und deshalb sitze ich hier und ich freue mich auf die kommende Zeit und hoffe, dass sie sehr erfolgreich sein wird. Ja, hallo Alex, wir streamen ja gerade live, wir haben auch Fragen aus dem Netz. Da gibt es unter anderem eine Frage von Paddy. Wie willst du die zweite Mannschaft künftig einbeziehen? Ich habe das in den Gesprächen schon auch sehr deutlich gemacht. Ich sehe einen Verein immer in einer Gesamtidentität. Dazu zählt nicht nur die erste Mannschaft, sondern dazu zählt auch die zweite Mannschaft, dazu zählt der Nachwuchs. Und ich finde, wenn man einen Verein nachhaltig nach vorne bringen möchte, und das ist ja der Ansatz, den wir alle hier gemeinsam verfolgen, ja, da musst du eine Vernetzung hinbekommen. Diese Vernetzung stelle ich mir immer vor, zum einen in der Spielidentität, also für welche Art und Weise möchte Hessen-Kassel stehen. Das auch zu übertragen auf den Nachwuchs, auch auf die Vernetzung der einzelnen Altersbereiche. Und das andere ist natürlich auch die Entwicklung von Spielern, auch dadurch die Identifikation im Verein zu stärken. Dass junge Spieler den Weg hier bei Hessen-Kassel machen können, dass sie, wenn sie Potenzial, auch Ehrgeiz, auch Einstellungen mitbringen, auch bei uns oben die Möglichkeit bekommen, einen Weg mitzugehen. Dass wir da auch sehr intensiv gucken, auch im Austausch sind, auch mit meinem Trainerteam, auch mit den Verantwortlichen. Und ja, in dieser Gesamtheit geht es darum, ja, Hessen-Kassel sukzessive in allen Bereichen nach vorne zu bringen, auch in den Strukturen ein Stück weit professioneller zu werden. Nochmal, das benötigt Zeit. Das ist immer ein Prozess. Aber ich bin schon dafür angetreten auch, und das habe ich in den ersten Gesprächen auch deutlich gemacht, dass ich einen Verein immer als Gesamtes sehe. Und deshalb ist es extrem wichtig, dass auch die zweite Mannschaft und der Nachwuchs hier einen erfolgreichen Weg geht. Super, danke. Dann gibt es noch eine Frage. Du bist ja Lehrer, entsprechend noch auch im Lehramt tätig. Wie sind deine weiteren Pläne? Wir haben es ja in der Pressemitteilung grundsätzlich schon kommuniziert. Aber da kannst du ja vielleicht gerne nochmal was zu sagen. Ja, es ist bei mir grundsätzlich so, dass ich jetzt auch gerade in dieser Übergangsphase, das ist ja im Trainerbereich normal, dass man immer mal wieder Phasen hat, wo man im Job ist, auch mal wieder Phasen, wo man nicht im Job ist. Ich habe jetzt diese Übergangsphase auch genutzt, wieder in Hannover als Lehrer tätig zu sein. Ich habe es schon gesagt, in den Fächern Englisch, Französisch und auch Sport. Ich habe grundsätzlich dieses Beamtentum, was ich mir damals erarbeitet habe, nie abgegeben, weil ich immer sage, es ist immer gut, ein sicheres Standbein zu haben. Dadurch sind wir auch als Familie gut gesettelt. Und trotzdem habe ich immer diese Leidenschaft einfach auch für den Fußball gelebt, habe immer versucht, auch da einen klaren Weg zu geben. Das hat mich immer ausgezeichnet, sehr zielstrebig zu sein, sehr ehrgeizig zu sein. Und diese Attribute haben mich auf dem Weg begleitet. Und deshalb ist aktuell die Situation, dass ich noch bis Jahresende stundenweise als Lehrer arbeite und dann aber im neuen Jahr 100 Prozent auch für Hessen-Kassel zur Verfügung stehe und auch hauptamtlich hier diesen Weg mit dem Verein gehen möchte. Wir haben dann noch zwei Fragen im Netz. Die eine Frage ist, wie wirst du künftig mit dem Trainerteam zusammenarbeiten? Ja, genau. Fangen wir erstmal an. Ich glaube, dass sich die Trainerrolle im letzten Jahrzehnt extrem auch nochmal dahingehend entwickelt hat, dass du als Cheftrainer immer in einer sogenannten Leaderrolle bist, wo du ja nicht nur die Mannschaft führen sollst, also die einzelnen Spieler und auch die Mannschaft im Gesamten, sondern es ist auch extrem wichtig, ja, die Mitarbeiter, das Trainerteam und alle, die drumherum im Staff arbeiten, auf diesem Weg mitzunehmen. Am Ende ist der Cheftrainer immer derjenige, der die finalen Entscheidungen trifft, der auch natürlich den Kopf dafür hinhalten muss. Aber in diesem Prozess, auf diesem Weg ist es extrem wichtig, alle mitzunehmen, allen auch das Gefühl zu geben, dass sie Teil von Hessen-Kassel sind, dass sie Teil dieser Mannschaft sind. Und deswegen ist mein klarer Ansatz, auch da im Trainerteam mit Mirko Dickhaut und den anderen Beteiligten, ja, sehr eng und sehr intensiv zusammenzuarbeiten, im Austausch zu sein. Ich übernehme das komplette Team, bin also hierher gekommen, auch in der Situation, dass ich gesagt habe, bin offen für dieses Trainerteam, für diese Situation bei Hessen-Kassel, freue mich drauf und wir wollen alle gemeinsam dafür arbeiten, dass Hessen-Kassel in der Zukunft erfolgreich sein wird. Super, und dann merkt man ganz klar, das ist eine Fanfrage, welche der drei Städte findest du am schlimmsten? Offenbach, Darmstadt oder Frankfurt? Tatsächlich eine gute Frage. Ich würde jetzt erstmal auch, da wir uns ja in der gleichen Liga befinden, von Offenbach sprechen, zumal das Spiel ja dann auch vor kurzer Zeit verloren gegangen wurde. Also da haben wir in Offenbach auch noch was gut zu machen. Aber natürlich, ja, war ich auch durch meine Tätigkeit beim DFB, auch durch die Fußballlehrerzeit, habe ich auch eine gewisse Verbindung nach Frankfurt. Und ja, ist auf jeden Fall eine spannende Frage, die wir dann nochmal im Detail besprechen können. Super, vielen Dank. Ja, und dann haben wir noch eine letzte tatsächlich aus dem Online-Bereich. Konntest du dir schon von den Spielern so grundsätzlich ein Bild machen und hast du da ganz konkret gerade schon direkte Ideen, was dir vielleicht vorschweben könnte? Also das Gute ist ja, und das habe ich den Spielern heute am ersten Tag auch sehr deutlich gemacht, es kommt jemand von außen, der erstmal völlig unvoreingenommen hier reingeht und sich ein Bild machen möchte. Natürlich ist es völlig klar, wenn man sich mit dieser Anfrage auseinandersetzt, wenn man sich auch vorbereitet auf die Gespräche, ja, dann guckt man natürlich, ja, was ist das für eine Mannschaft? Was sind das für Spielertypen? Kennt man vielleicht auch schon Spieler? Es gibt Spieler wie Maurice Springfield oder auch Tim Diersen, die ich aus Hannover kenne, die auch im Nachwuchs da ausgebildet wurden. Ich muss sagen, dass ich auch im letzten Jahr sehr viel gescoutet habe im Profifußball, zweite Liga, dritte Liga, aber auch Regionalliga. Und es gibt auch Spieler, die mir auch schon mal bei meinen vorherigen Stationen angeboten wurden, mit denen ich mich auch schon befasst habe. Also ich hatte schon auch ein Bild von etlichen Jungs, aber das Wichtigste ist nochmal, ich komme hierher und habe jetzt die Möglichkeit, gerade auch in den ersten Tagen in dieser Woche, aber auch in den folgenden Wochen, ja, mir ein dezidiertes Bild zu machen von den Spielern, das dann auch zu bewerten. Und das ist natürlich für jeden einzelnen Spieler auch eine große Möglichkeit, ja, sich dem Trainer zu zeigen, ja, auch wieder einen neuen Spirit reinzukriegen. und darauf freue ich mich. Ich hätte noch eine Frage zu Sonntag. Ich gehe mal davon aus, dass die Gespräche da schon vorangeschritten waren. Spiel gesehen und wenn ja, also gegen Koblenz, gibt es da eine erste Analyse, was falsch gelaufen ist, warum das Spiel verloren gegangen wurde, geworden ist? Also es ist ja selbstverständlich, ja, zum einen, dass ich mir auch schon davor dann Spiele angeguckt habe, natürlich erst in erster Linie im Video. Und ich habe auch ganz bewusst mir gute Spiele angeguckt. Ich habe mir aber auch Spiele angeguckt, wo es vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Da macht man sich einen Eindruck, keine Frage. Und ich habe auch das Spiel gestern mir sehr intensiv angeguckt. Aber eins ist auch klar, und das habe ich auch der Mannschaft heute am ersten Tag gesagt, wir blicken nicht zurück. Und deswegen werde ich auch heute nichts zu dem Spiel gestern sagen, sondern wir blicken nach vorne. Und es geht jetzt darum, eine neue Zeitrechnung zu beginnen, mit dem Tag heute. Auch gerade im Training Dinge intensiv zu bearbeiten, die mir wichtig sind, die wir auch brauchen. Auch sehr detailliert den Jungs Hinweise zu geben, wie wir am Wochenende auftreten wollen, um dann in die Erfolgsspur zu kommen, um das Heimspiel zu gewinnen. Ich habe der Mannschaft auch gesagt, Heimspiele sind für mich immer extrem wichtig. Ich hatte damals bei Arminia Hannover, wo wir aufgestiegen sind, mal eine Saison, wo wir kein Heimspiel verloren haben, wo wir sehr erfolgreich waren. Und natürlich ist es mein Anspruch, auch bei Hessen Kassel mit dem Umfeld, mit den Fans, erfolgreiche Heimspiele auf den Platz zu bringen. Und damit wollen wir gerne am Samstag beginnen. Gibt es sonst noch weitere Fragen von euch? Online haben wir, glaube ich, abgearbeitet. Daniel, richtig? Ist vor Ort noch was offen geblieben, was ihr gerne wissen möchtet. Wenn dem nicht so ist, dann an der Stelle natürlich von mir. Danke, Jens, dass du dir die Zeit genommen hast. Alex, danke, dass du da bist. Auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft. Und von dieser Stelle dann vielen Dank an euch hier Anwesende und auch ins Netz. Alle Löwen, alle Löwen-Fans, einen schönen Abend. Und wir sehen uns alle hoffentlich am Samstag im Ausschlag.